So, eben ist der Runde Tisch mit Greenpeace in der ersten Runde zu Ende gegangen. Ich hatte zu diesem Treffen eingeladen, nachdem gestern Praktikanten, Angestellte, professionelle Campaigner von Greenpeace in das Kalibnichhaus gekommen sind, das quasi besetzt haben. Mir war es wichtig, noch mal zu unterstreichen. Erstens, die Linke begrüßt soziale Bewegungen, auch wenn sie uns gegenüber kritisch sind. Zum Zweiten, uns eint das Ziel, raus aus der Kohle und hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. Es gab jetzt an diesem Runden Tisch ein Dissens darüber, wie schnell das für Brandenburg umzusetzen ist. Greenpeace hat naturgemäß gefordert, dass der Kabinettsbeschluss zur Welt zu zweit zu verhindern ist, mindestens zu verschieben. Die Brandenburger Linke hingegen hat deutlich gemacht, dass der jetzige Kompromiss das ist, was möglich ist mit der SPD, um es noch mal klar zu sagen. Die Tagebaubagger in Brandenburg werden von der SPD angetrieben. Vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, ob jetzt die Bundeszentrale der Linken die richtige Adresse für diesen Protest ist, nicht eher die SPD-Zentrale in Brandenburg die richtige Adresse ist, beziehungsweise wir im Bund eine Regierung haben, die die Energiewende gerade unter einem sozialdemokratischen Wirtschaftsminister ausbremst. Es gab in diesem zweistündigen, auch sehr konstruktiven, wie auch leidenschaftlichen Gespräch einige ganz konkrete Punkte. Zum einen wird die Linke im Bundestag zeitnah eingesetzt zum Ausstieg aus dem Kohlestrom einbringen. Zum Zweiten haben wir vereinbart, dass es eine weitere Runde geben wird in den nächsten Tagen. Die soll dann in Potsdam stattfinden. Drittens Greenpeace möchte den Besuch oder die Besetzung hier bei der Linken fortführen. Wir haben gesagt, wir dulden das, solange die Sicherheit des Hauses und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gefährdet ist. Und wir sagen auch, wir haben ja immer schon einen Bewegungsratschlag im Laufen seit einiger Zeit. Wir wollen aus diesem Besuch einfach einen lebendigen Bewegungsratschlag machen. Also wenn es Genossinnen gibt, die Interesse daran haben, am Austausch mit Greenpeace, kommt einfach her, die Partei stellt irgendwie Kaffee und Wasser bereit für das Gespräch. Und viertens, ich musste am Anfang des Rundentisches feststellen, dass zwar die Ladies eine wichtige Rolle gespielt haben bei Greenpeace, als es darum ging, das Haus zu erstürmen. Am Verhandlungstisch saßen dann aber nur Männer. Darauf habe ich hingewiesen und daraufhin ist dann aus den Reihen von Greenpeace auch eine Frau, hat sich selbstbewusst in die Verhandlungsrunde mit reingewechselt. Das war also auch ein ganz konkreter Beitrag zum Feminismus bei Greenpeace.